Du liebst schönen Schmuck und möchtest den auch möglichst günstig kaufen? Natürlich nur Echtschmuck, also Gold- und Silberschmuck oder vergoldeten Schmuck. Dann zeige ich dir heute mal eine tolle Webseite und zwar ist die von Jesper Nilsen. Das ist ein ehemaliger Gründer von Pandora. Pandora sagt dir bestimmt was. Das ist ja eine ganz große Schmuckkette und heute gibt es, also das war das ganze Wochenende, gibt es 50% Rabatt auf alle Artikel, die hier im Shop zu finden sind. Und ich zeige euch mal noch was ganz Tolles. Wenn ihr auch Interesse daran habt, nebenbei noch ein bisschen Geld dazu zu verdienen, dann nutzt heute noch den Einstieg. Heute ist der Einstieg total kostenlos. Dafür braucht ihr nur hier oben auf Botschafter werden klicken. Die Registrierung, je nachdem aus welchem Land ihr kommt, ich lasse jetzt mal Deutschland, dann braucht ihr nur die Registrierung, das Formular hier auszufüllen. Und ihr seht, Junior Lizenzpaket ist heute kostenlos. Das klickt ihr an und dann einfach die Registrierung abschließen und schon seid ihr dabei. Damit der Account auch bestehen bleibt, solltet ihr heute noch, also bis zum 31.01.2021, irgendein Schmuckstück kaufen. Dann seid ihr sicher, dass euer Account nachhaltig existiert. Hier oben ist der Shop, also wirklich wunderschöne Schmuckstücke. Jesper Nielsen, merkt euch den Namen. Highlights, mal gucken. Da gibt es die tollen Halsketten. Also heute alles 50% reduziert. Aber auch ansonsten, wenn es nicht reduziert ist, sind die Preise klasse, weil es ja echter Schmuck ist. Ich zeige euch mal, die Charms sind ja ganz aktuell. Das hier zum Beispiel mit dem Herzgold. Das ist ein ganz toller Artikel. Ich zeige euch den mal ein bisschen größer. Schaut mal. Das ist ein tolles Charms. Und die Armbänder dazu gibt es natürlich auch. So, mal gucken, hier bei den Armbändern. Da könnt ihr euch dann das passende Armband, das zum Beispiel, das Schanky Armband ist sehr schön. Oder das gibt es auch in schwarz, das Country Armband. Oder einfach die Reifen, die Bengals. Und dann die klasse Charms dazu aussuchen. Also hier ist eine Riesenauswahl an wunderschönem Schmuck. Da schlägt jeder Frau das Herz höher. Da kann man gar nicht genug von bekommen. Hier zum Beispiel das Familienarmband. Das ist doch eine tolle Geschenkidee. Und dann noch ein, zwei oder drei Charms dazu. Schaut mal, wie das aussieht. Wunderschön. Ich gehe nochmal zurück. Dann könnt ihr euch da noch die Charms zu aussuchen, die euch gefallen. Wunderschön. Was auch ganz toll ist, finde ich, die Irrkaps. Zum Beispiel dieser hier. So ein Kreuz, so ein Kreuz, Irrkaps. Zeig euch den mal. Heute nur für 17,86 Euro. Guckt mal, wie schön das aussieht. Klasse, ne? Wunderschön. Also hier könnte ich den ganzen Tag stöbern und shoppen. Im Outlet können wir nochmal schauen, was da ist. Da gibt es die Buchstaben für eine Halskette. Dann schöne Delfine und Elefanten. Das ist doch was Schönes für die Kinder. Dann haben wir hier Fatimas Hand. Friedenszeichen ist auch immer sehr beliebt. Oder der Fußabdruck. Der ist doch süß. Ja, stöbert einfach mal auf der Webseite. Manschettenknöpfe für die Herren gibt es auch. Da ganz klassisch in Silber. Oder dieser hier, der Trinity-Manschettenknopf. Oder einen klassischen goldenen. Die sind auch immer sehr beliebt. Was haben wir denn bei Last Chance? Da kommen immer wieder die Angebote rein. Die Zahlen. Dann hier schicke Ohrringe. Die sind auch schön. Oder die kleine Hornstarts. Die sind auch schön. Hier bei den Ohrringen gibt es sogar ein schönes Hufeisen. Das habe ich mir gestern noch bestellt. Ich zeige es euch mal. Damit ich immer Glück auf meiner Seite habe. Wo sind sie denn, die Hufeisen? Gestern waren sie noch da. Sind doch nicht schon ausverkauft? Mal schauen. Ja, das geht manchmal schnell. Dann sind die ganz schnell ausverkauft. Deswegen. Stöbert heute nochmal. Heute kriegt ihr 50% Rabatt. Ja, da ist es. Doch, da sind sie. Hufeisenohrstecker. Sind die nicht schön? Da, guckt mal, wie schön das aussieht. Ich finde es niedlich. Nicht so auffällig. Nicht so groß. Sondern dezent. Aber trotzdem. Trotzdem sehr schick. Ja, die habe ich mir gestern bestellt. Zum Preis von 14,29 Euro. Bitte euch. Kann man hier aber wirklich nicht meckern. Die sind vergoldet. 18 Karat vergoldet. Auf Sterling Silber. Also, wenn ihr stöbern wollt, dann gebt Julian Jesper Nielsen.com ein. Genauso, wie es da oben jetzt steht. Und dann kommt ihr direkt in meinen Shop. Das seht ihr hier oben. Du kaufst einen mit Jutta Arns. Wichtig zu wissen ist auch noch, kostenloser Versand ist immer beim Kauf von 80 Euro. Aber die Versandkosten, die findet ihr auch hier unten. Die sind nicht so hoch. 4,95 Euro. Also bitte. Also das ist jetzt auch nicht sehr teuer. Und ab 80 Euro bekommt ihr natürlich kostenlosen Versand. Die Lieferzeit beträgt 5 bis 8 Tage. Also. Ich würde sagen, ihr werdet heute noch Botschafter. Meldet euch hier an. Und heute ist der Einstieg kostenlos. Wann ist, Entschuldigung, wann es wieder so eine Aktion gibt, das weiß ich nicht. Aber normalerweise kostet der Einstieg was. Dann bekommt ihr allerdings auch ein Schmuckpaket dazu. Aber heute könnt ihr euch den Schmuck aussuchen, den ihr gerne haben wollt. Einfach auf jetzt shoppen klicken und schon geht's los. Das war was anderes. Jo. Wie gesagt. Heute 50% auf alle Artikel. Hier das Armband ist doch toll. Und da die schönen Charmes dran. Das sieht doch klasse aus. Ich glaube, das bestelle ich mir auch gleich noch. Oder das hier. Das ist noch besser. Das ist noch besser. Das ist schlichter. Aber gut. Das ist Geschmackssache. Ja. Ich denke, ich habe euch heute eine wunderschöne Geschäftsmöglichkeit vorgestellt. Jesper Nilsen. Also denkt dran. Julian. Jesper Nilsen. Komm. Dann kommt ihr direkt in meinen Shop. Und wenn ihr hier Botschafter werden wollt, einfach auf Botschafterlogin klicken. Dann kommt ihr direkt in mein Team. Und da machen wir auch WhatsApp Partys. Wenn Angebote kommen, werden die direkt vorgestellt. Oder wir können so in Kontakt bleiben und uns austauschen. Ich helfe euch gerne beim Geschäftsaufbau. Okay. Ich freue mich, wenn ihr ins Team kommt. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.